Moin! Wir sind aus Neunkirchener Open Air und weil wir bei uns recht regelmäßig Feuershows machen, haben wir uns gedacht, wir modifizieren das Ganze hier ein bisschen und machen eine Feuerbier-Challenge. Hey, was ist das denn? Hey Leute, feuer uns nicht, feuer uns auch mit Wasser. Prost! Prost! Ja, sorry, die Kamera hat geruckelt. Zweiter Versuch. Also, Maike und René und ihr anderen vom Zwistringer Open Air bei der Alten Ziegelei, wir haben die Herausforderung angenommen, aber trinken unser Bier auch lieber selber, wie ihr gesehen habt. Und als zweites laden wir euch alle ein, die das hier sehen. Am 13. Juli 2019 findet das 24. Neunkirchener Open Air im Landkreis Diepholz an der B51 zwischen Bastum und Suling statt. Wir freuen uns auf euch! Und natürlich nominieren wir auch drei weitere Festivals. Als erstes das Apple Tree Garden Festival in Diepholz, als zweites das Aufmucken gegen Rechts in Weihe und als drittes das Weserbeats Festival in Nienburg. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit, um eure Water Beer Challenge hochzuladen. Ansonsten bitte ich euch, zehn Kissen Bier an den Sportplatz in Neunkirchen zu schicken. Viel Spaß dabei und Prost! Prost! Tschüss! Tschüss! Tschüss!